Hallo Scrapper, da draußen im World Wide Web. Ich will mal versuchen mit meinem Handy ein ganz kurzes Filmchen zu machen. Ich habe ein neues Projekt gemacht, ein kleines. Ich bin da zufällig auf eine Anleitung gestoßen in YouTube und möchte euch jetzt meine Version der magischen Briebtasche vorstellen. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Also ihr seht, hier ist also ein 10-Euro-Schein drin. Jetzt machen wir das Ganze zu. Jetzt hoffe ich, dass er sich wendet, wie das soll. Genau, und jetzt liegt er auf der anderen Seite. Jetzt machen wir die Briebtasche wieder zu und schauen nach und es ist wieder gewandert, das Geld. Also wie das Ding funktioniert, wie das wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe einfach die Anleitung Schritt für Schritt nachgearbeitet und ja, zumindest klappt es hier. Was ich außerdem noch ausprobiert habe, hier mit den, äh, mit der, mit den Außenseiten der Brieftasche. Das ist also eine Servierte, die ich jetzt zum ersten Mal mit Hilfe einer Frischhaltefolie aufgezogen habe und bin mal gespannt, ob das hält. Okay. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und Tschüss.